Dann der nächste Punkt ist, Suche nach Trends, die bleiben. Und was damit gemeint ist, ist folgendes. Nämlich eine Programmiersprache, wo ich zum Beispiel jetzt derzeit zu einem Buch produzieren werde, nennt sich Kutlin. Kutlin ist eine Programmiersprache, die sehr viele Leute erlernen wollen. Ich bin leider schon relativ spät, was den Trend angeht, dabei. Nämlich Kutlin kam erst, ich glaube, vor so zwei Jahren ungefähr raus und war praktisch eine Programmiersprache, die sehr viele Leute erlernen wollten. Und deswegen bin ich jetzt immer so auf der Suche, zum Beispiel nach neuen Programmiersprachen, nach neuen Konzepten, Themen und so weiter und so fort, die aber auch später relevant sein werden. Zum Beispiel jetzt so eine Programmiersprache wie Kutlin, die wird nicht verschwinden. Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde über, sagen wir mal, Fidget Spinner, da weiß ich ganz genau, dass die einmal populär sind und dann irgendwann nicht mehr populär sind. Oder nehmen wir an, ich würde ein Buch schreiben über eine bestimmte Situation, also zum Beispiel im Bereich Politik oder was auch immer, da kann es natürlich gut sein, dass in zwei, drei Jahren diese Situation gar nicht mehr relevant sein wird oder dass sie viele Dinge so geändert haben, dass das Buch an sich auch vom Inhalt nicht mehr relevant sein wird. Und genau deswegen denke ich mir halt, okay, man sollte ein Buch erstellen, das zum Beispiel halt einen Trend wieder gibt, der auch bleiben wird, beziehungsweise seine Programmiersprache zum Beispiel erklärt oder andere Dinge, die halt neu in den Markt reingekommen sind und weiterhin bleiben werden. Ich bin, wie gesagt, kein Experte, was Fiction-Bücher angeht. Ich bin im Non-Fiction-Bereich und das persönlich finde ich ganz sinnvoll, weil gerade bei Fiction-Büchern ist jetzt eher nicht so wirklich Trends gibt, würde ich mal behaupten. Bei Non-Fiction-Büchern kannst du ja über alle möglichen Dinge schreiben.